Heinrich Gretz war ein deutsch-jüdischer Historiker, dessen Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart ein Standardwert der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts und eine der wirkmächtigsten Gesamtdarstellungen der jüdischen Geschichte überhaupt darstellt. Leben. Heinrich Gretz wurde als Erstgeborener von drei Kindern des Inhabers eines kleinen Fleischereibetriebes, Jakob Gretz, in Xions in der preußischen Provinz Posen geboren, jüdisch war seine Muttersprache. Nicht zuletzt wegen der ärmlichen Verhältnisse innerhalb der Familie wurde er 1831 zu Verwandten nach Wolstein geschickt, wo er die talmudischen Vorträge des Rabbiners Samuel Estmung besuchte. Vom 8. Mai 1837 bis Ende Juli 1840 lebte er als Schüler und literarische Hilfskraft im Hause von Samson Raphael Hirsch, des damaligen Landesrabbiners von Oldenburg, des führenden Vertreters der Orthodoxie im deutschen Judentum des 19. Jahrhunderts. Nach dem Abschied aus dem Hause Hirschs nahm er gegen Ende 1840 in Ostrovo einen Hofmeisterposten an, um sich finanzielle Mittel für den Universitätsbesuch zu verschaffen. Anschließend ging er nach Breslau, wo er sich auch publizistisch in die dortigen Auseinandersetzungen innerhalb der jüdischen Gemeinde einschaltete und insbesondere als Gegner des Die Reform vorantreibenden Gemeinderabbiners Abraham Geiger, der zu dieser Zeit als charismatische Persönlichkeit und gewaltiger Kanzelredner gefürchtet war, auftrat. Ab 1842 hatte er als Autodidakt mit ministerieller Sondererlebnis die Universität Breslau besucht, trieb dort geschichtliche, philosophische, orientalische und physikalische Studien und promovierte im April 1845 an der Universität Jena zum Dr. Phil. Mit der in Latein verfassten Arbeit De Autoritate e.V. Iquam Gnosis in Judaismum Habueret, deren deutsche Fassung 1846 unter dem Titel Gnosticismus und Judentum veröffentlicht wurde. In Breslau besuchte er das katholische Schullehrerseminar und erhielt am 4. November 1847 Dekasekundenbefähigungszeugnis. Im Winterhalbjahr 1852-1853 hielt er in Berlin Vorlesungen über jüdische Geschichte. 1853 wurde er nach Stationen als Leiter einer Religionsschule in Breslau, dann 1849 in Nikolsburg und seit dem 12. September 1850 als Leiter der jüdischen Schule in Lundenburg, Meeren von Zacharias Frankel. Mit dem ihn seit 1846 eine enge Freundschaft und Gesinnungsgenossenschaft verbannt, zum Dozenten für jüdische Geschichte an das neu gegründete jüdisch-theologische Seminar in Breslau berufen und wirkte hier 37 Jahre bis zu seinem Tode als der viel gefeierte und hochverehrte Dozent für jüdische Geschichte und Bibelkritik. Im Dezember 1869 wurde er von der preußischen Regierung auch zum Honorarprofessor an der Universität Breslau ernannt, an jener Universität, an der er einst erst nach Überwindung großer Schwierigkeiten zur Immatrikulation zugelassen worden war. Die Königliche Spanische Akademie der Historischen Wissenschaften zu Madrid ernannte ihn, auch in Anerkennung seiner objektiven Darstellung der Judenvertreibung aus Spanien, zu ihrem Ehrenmitglied. Von 1869 bis 1887 gab er auch die Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums heraus. Gretz besuchte 1872 im Auftrag der Allianz Israelite universelle Palästina und gründete in Jerusalem ein Waisenhaus. Im Oktober 1850 heiratete er Marie Monatsch. Der Physiker Leo Gretz war sein ältester Sohn. Das Grab von Heinrich Gretz befindet sich auf dem alten jüdischen Friedhof in Breslau. Die Geschichte der Juden Seine elfbändige Geschichte der Juden von den Anfängen bis auf die Gegenwart ist das erste moderne umfassende jüdische Geschichtswerk des späten 19. Jahrhunderts und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Es bot ein neuartiges Bild der jüdischen Geschichte. Für ihn war sie keine reine Religionsgeschichte, sondern hatte einen überreligiösen Zusammenhang, der sich zwar vor allem in der Ethik widerspiegelte, der aber auch national verstanden werden sollte. Den Ereignissen der jüdischen Geschichte gab Gretz eine neue Bedeutung. So wurden zum Beispiel die Hasmoneer bzw. Makabeer, die eigentlich für die Freiheit der jüdischen Religion kämpften, in seinen Büchern Nationalgesinnte Männer, welche ihr Vaterland liebten, er übertrug somit die moderne Nationalstaatsidee des 18. und 19. Jahrhunderts auf frühere Zeiten. Gretz wurde durch sein Werk zu einem der Vorläufer des Zionismus. Wenn er selbst auch die Beteiligung an der Tschibation-Bewegung abgelehnt hatte und nicht an die Möglichkeit der Wiedererrichtung eines jüdischen Staates in Palästina glaubte, Geschichte der Juden, von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, aus den Quellen neu bearbeitet, Die Ausarbeitung seines Hauptwerkes hat Gretz nicht chronologisch fortschreitend, sondern punktuell, teilweise rückschreitend vorgenommen, Geschichte der Juden, B.D. I.V. Geschichte der Juden, B.D. III. Geschichte der Juden, B.D. V. Geschichte der Juden, B.D. VI. Geschichte der Juden, B.D. Geschichte der Juden, B.D. VII. Von Maimonistot 1205 bis zur Verbannung der Juden aus Spanien und Portugal. Geschichte der Juden, B.D. V. Geschichte der Juden, B.D. Geschichte der Juden, B.D. Geschichte der Juden, B.D. I.X. Geschichte der Juden, B.D. X. Geschichte der Juden, B.D. XI. Geschichte der Juden, B.D. V. Zweite, Verb. Geschichte der Juden BD VI Zweite Verb Geschichte der Juden BD VII Zweite Verb Geschichte der Juden BD I Geschichte der Juden BD II Erste Hälfte Geschichte der Juden BD II Zweite Hälfte Geschichte der Juden BD III Dritte Verbesserte U Geschichte der Juden BD III Vierte Verbesserte U Geschichte der Juden BD 8. Geschichte der Juden, B.D. IX. Dritte Aufl, Leipzig, 1891. Nach Kretz, Tod, Geschichte der Juden, B.D. IV. Bearbeitet durch Rabbiner Doktor, Geschichte der Juden, B.D. VI. Bearbeitet durch Rabbiner Doktor, Geschichte der Juden, B.D. VII. Bearbeitet durch Rabbiner Doktor, Geschichte der Juden, B.D. V. Dritte Verb, Aufl, 1895. Für die folgenden Ausgaben, Auflagen VGL, bei M. Brand, nach den von Brand besorgten Ausgaben, Geschichte der Juden, B.D. IV. Verm, U. Verb, Aufl, Beab, Doktor, Geschichte der Juden, B.D. V. Vierte Verb, U. E.R.G. Aufl, Beab, Doktor, Geschichte der Juden, B.D. VI. Vierte Aufl, Beab, Doktor S. Eppenstein ohne Jahr. Volkstümliche Geschichte der Juden, I. III. Leipzig, 1888. Inhalt erster Band, die Vorgeschichte, die Einnahme des Landes, Kanahan, die Richterzeit, Eli und Samuel, Saul, David und Ischboschitz, Salomo, Gesetz und Sitten. Kunst und Literatur. Zweiter Band, die Reichsspaltung, das Haus David und die Jewiden, die usianische Zeit, das Ende des Zehnstämmerreiches und das Haus Davids, die Thora, der Untergang des Reiches, Samaria, Abfall von Assyrien, König Josia und die neue Ordnung Judas, Niedergang, Untergang des jüdischen Reiches. Dritter Band, Jonathan, der jüdische Alexandrinismus, Simon Johann, Hür, Kanos, Salome, Alexandra, Bruder, Kampf um die Krone Antigonus und Herods Archelaus und die ersten römischen Landpfleger, der galiläische Krieg, Untergang des jüdischen Staates. Vierter Band, erstes Tarnitengeschlecht, Verhältnis des Christentums zum Judentum, politische Lage der Juden unter Domitian-Hadrianische Regierungszeit. Aufstand unter Bar Koch, Barletztes Tarnitengeschlecht, Lage der Juden in Babylonien und den pathischen Ländern, das Amora-Geschlecht Kaiser, Julian, Fünfter Band, Babylonien und Judea, Lage der Juden in Europa, die Juden der arabischen Halbinsel Mohammed und die Juden, das erste galiläische Jahrhundert, Lage der Juden im fränkischen Kaiserreiche, das Sinken des Exilachats und die Anfänge einer jüdisch-wissenschaftlichen Literatur, Verblühte Zeit der jüdischen Wissenschaft, Morgenröte der jüdisch-spanischen Kultur und Verfall des Gaonats. Sechster Band, Untergang des Gaonats und erstes Rabbinisches Zeitalter, zweites Rabbinisches Zeitalter, der erste Kreuzzug und seine Leiden, drittes Rabbinisches Zeitalter, viertes Rabbinisches Zeitalter, Maimonides, siebter Band, neue Stellung der Juden in der Christenheit, die innere Parteiung und ihre Folgen, die Geheimlehre der Kabbala, verfängliche Disputationen und Scheiterhaufen für den Talmud, das Zeitalter, Ben-Aderitz und Ascheres, Fortbildung der Kabbala und Ächtung der Wissenschaft, die erste Vertreibung der Juden aus Frankreich, Zeitalter der Ascheriden und des Gersonides, der Schwarze Tod, die Macht der kastilianischen Juden unter Don Pedro, Achter Band, das Zeitalter des Cestai-Crescas und Isaac-Ben-Cheschid Apostaten und literarische Fäden, das judenfeindliche Kleeblatt und das ausgedehnte Religionsgespräch von Tortosa, die Hussiten und die Juden Capistrano und seine Hetzereien gegen die Juden, der letzte Schimmer der spanischen Juden, die Juden in Italien, die Juden in Deutschland und der Türkei, die Inquisition in Spanien, Vertreibung der Juden aus Spanien, Vertreibung der Juden aus Navarra und Portugal, Neunter Band, Folgen der Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal, der Streit um den Talmud, Humanisten und Dunkelmänner, der Reuchlinische Streit und die lutherische Reformation, die Kabbala und messianische Schwärmerei, die Maranen und die Inquisition, Einheitsbestrebung der Juden im Morgenlande und ihre Leiden im Abendlande, die Juden in der Türkei, Don Josef, Nasi Salomo Aschkna sieht die Juden in Polen, Ansiedlung der Juden in Holland, erste schwache Anfänge zu ihrer Gleichstellung, Zehnter Band, das holländische Jerusalem, die deutschen Juden und der dreißigjährige Krieg, Schmielniki und die Verfolgung der Juden in Polen durch die Kosaken, neue Ansiedlung der Juden in England und Manasse ben Israel, Spinuts und Zapatei, Zevi, Schatten und Licht, allgemeine Verwilderung in der Judenheit, Elfter Band, die Mendelssohn'sche Epoche, das neue Chassideatum, die französische Revolution und die Emanzipation der Juden, das jüdisch-französische Synhetrion und die jüdischen Konsistorien, die Reaktion und die Deutschtüme, Laibirne und Heine, die Reform und das junge Israel, das erwachende Selbstgefühl und die jüdische Wissenschaft, das Jahr 1840 und die Blutanklage von Damaskus die letzten Jahre vor den Februar und März stürmen. Übersetzung in Englisch, James K., Philadelphia 1892 bis 1901, Französisch, M., Wug, Mäusebloch, Paris 1802 und 80, 1804 und 80, 1808 und 80, 1803 und 90, 1897 und 90, Hebräisch, SCH. Weitere Übersetzung durch Zitron, Jüdisch, J. L. Jüdische Bearbeitung der volkstümlichen Geschichte durch Jakob Dein Sohn, 1885, Polnisch, Warschau 1902, 1908, 1914, Russisch Übers. Weitere Ausgaben 1901, 1902, 1904 bis 1908, Ungarisch, Max Schaboychsee, 6. BDE, Budapest, 1906 bis 1908. Sein einstiger Lehrer und Gönner Samson Raphael Hirsch widmete der Gretchen-Geschichtsschreibung von Anfang an in seinem Organ Jeschon die größte Aufmerksamkeit und lieferte darin schon den Wert der Gretchen-Arbeit bezeugend ausführlichste Kritiken. In Einzelheiten und in der Gesamttendenz prinzipiell lagen die beiden Männer inzwischen so weit auseinander, dass keine gemeinsame Basis mehr gefunden werden konnte. Hirsch grundsätzlich von einem allhistorischen überzeitlichen Konzept ausgehend, leugnete grundsätzlich die menschliche Einflussmöglichkeit auf einen vor aller Zeit vorhergesehenen Geschichtsablauf. Für Hirsch waren die Talmud-Gelehrten zum Beispiel nur die Träger der Tradition, nicht deren Schöpfer. Historische Entwicklungen finden nicht statt. Dem Historiker komme, wenn überhaupt, nur die Rolle zu, zu überprüfen, inwieweit menschliches Handeln dem Willen Gottes entspreche. Was Hirsch überflüssig oder als Produkt der Gretchen-Fantasie empfand, fand im Gegensatz dazu Abraham Geiger zu wenig konturiert und herausgearbeitet. Geiger vermisst kausale Zusammenhänge, die Gretz hätte aufzeigen sollen, Gretz erzähle Geschichten, anstatt Geschichte zu analysieren und zu strukturieren. Ebenfalls kritisierte Geiger, dass Gretz seine Geschichtsbücher nicht in chronologischer Folge herausgebe, sodass man nur schwerlich einen Gesamtüberblick gewinnen und erkennen könne, was gegebenenfalls woraus folge. Moritz Steinschneider kritisierte Gretz angeblich schludrige Quellenarbeit und nahm ihm nicht ab, die Quellen seiner historischen Arbeit selbst in Augenschein genommen und geprüft zu haben. Er ging sogar, soweit Gretz literarische Unehrlichkeit bzw. literarischen Diebstahl vorzuwerfen. Dass ein einzelner Mensch eine Gesamtgeschichte der Juden verfassen könne, erschien ihm ein Ding der Unmöglichkeit. Peretz Molenskin fühlte sich in seiner russischen Ehre gekränkt und warf Gretz in seiner in Wien erscheinenden hebräischen Monatsschrift, Hess-Chatscha vor, dass er, ebenso wie andere jüdische Wissenschaftler in Deutschland, nichts als Verachtung für die russische Judenheit übrig hätte. Während in Russland fünfmal so viele Juden lebten wie in Deutschland, sei aber beinahe ausschließlich von deutschen Juden die Rede. Wenn es darum gehe, bedeutende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen des Lebens zu skizzieren. Diese Ansicht wurde allerdings verschiedentlich widersprochen. Zum Beispiel von Elisa Lippmann in seiner Zeitschrift Hamma Gidoda auch von Gischaq Schlomo Fuchs. Insbesondere vom nationaldeutschen Historiker und Publizisten Heinrich von Treitschke wurde Gretz vorgeworfen, allzu parteiisch an die Darstellung der Geschichte der Juden herangegangen zu sein, eine Kritik, die am Anfang des Berliner Antisemitismusstreits um die Rolle der Juden in der Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs 1879-1880 stand. Ungeachtet dieser weit verbreiteten Kritik wurde Gretz jedoch wegen seines packenden Stils und der guten Lesbarkeit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Einer der einflussreichsten jüdischen Historiker. Selbst der Gretz sonst eher kritisch gegenüberstehende russisch-jüdische Historiker Simon Dabno priß ihn in seiner Weltgeschichte des jüdischen Volkes als ein architektonisches Genie. Adolf Kohut schrieb über Gretz. Unbestreitbar ist er der größte Geschichtsschreiber, den das Judentum bisher hervorgebracht hat. Leider ist er nicht immer objektiv genug. Und sein Temperament reißt ihn zuweilen zu leidenschaftlichen Angriffen hin. Seine Vorliebe für Polen und Abneigung gegen deutsches Wesen und deutsche Bildung haben ihm manche heftigen Angriffe zugezogen. Salomon Winninger, fruchtbarster und bekanntester jüdischer Historiker der Neuzeit-Geschichtswerk ist zum Gemeingut der Judenheit auf dem ganzen Erdenrund geworden. Es hat unserer Glaubensgemeinschaft nicht nur die Kenntnis ihrer ruhmreichen Vergangenheit vermittelt, sondern auch ihr den Glauben an ihre Zukunft wiedergegeben, überall, wo er Menschen, Völker, geschichtliche Ereignisse kritisch behandelt. War er stets von der Erkenntnis und Überzeugung erfüllt, dass das jüdische Volk eine erhabene Mission im Weltgeschehen zu erfüllen hat. Den Zweck seiner Arbeit sei er stets in der Verteidigung des Judentums gegen seine Feinde, die ihm jeden Wert eines Faktors der Geschichte absprechen. So ist es nun zu erklären, warum Gretz mitunter in seiner Auffassung geschichtlicher Momente u. hervorragender Persönlichkeiten subjektiv einseitig u. Josef Meißel, eine von Zunzgeiger und Steinschneider völlig verschiedenartige Erscheinung, übrigens von ihnen auch schwer angefeindet, stellt Heinrich Gretz dar. Gretz, der als der erste nationalgesinnte Historiker des jüdischen Volkes bezeichnet werden kann, hat die jüdische Geschichte als Einheit dargestellt, freilich nach der nicht gerade glücklichen Formel von Lernen und Leiden. Die Fundierung des Stoffes durch ein weitschichtiges, vielfach selbstentdecktes und durch kühne, bisweilen allzu kühne Kombinationen ausgewertetes Quellenmaterial und eine bemerkenswerte Kunst der Darstellung haben Gretz elfbändiger Geschichte der Juden einen besonderen Platz in der Wissenschaft des Judentums gesichert. Günther Stemberger Gretz schrieb eine Leidens- und Gelehrtengeschichte, die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge interessierten ihn kaum. Obwohl weithin von L. V. Ranke abhängig, strebt er nicht nach einer Darstellung, wie es eigentlich gewesen ist, sondern lässt seinen subjektiven Vorlieben und Abneigungen weiten Raum. So treffend er die großen Gelehrten des Judentums zu zeichnen vermag, so wenig Verständnis bringt er für Mystik und Kabbala auf. Auch dem rabbinischen Judentum seiner polnischen Heimat steht er verständnislos gegenüber, er ignoriert die Leistungen der polnisch-russischen Haarskala und verachtet das jüdische. Auch die Geschichte der jüdischen Reform in Deutschland, der er bis 1848 nachgeht, stellt er als ihr Gegner sehr subjektiv dar. Weitere Werke, Wollstein 1832 und 30 ca. 1840, über die Heiligkeit der jüdischen Begräbnisplätze in der Orient, Breslau, Hauptblatt, Jahrgang 1843, 22. November ist 391 ff. Der jüdische Staatsmannsart Abdullah und er. Briefwechsel einer englischen Dame über Judentum und Semitismus. Levy und M. Müller, Stuttgart 1883, digitalizei. Erwiderung an Herrn von Teitschke in schlesische Presse Nummer. Die Psalmen. Kritischer Kommentar nebst Text und Übersetzung. Breslau 1881 bis 1883. Emendationes in Plerosk Sacris Scripta Reviteris Testamenti Libro Secundum Veterum Versi Ones Nec Non Auxilius Criticis Ceteris Atibitis. Ex Relicto Divang Schaub Doris Manuscripto Edidit Gil. Bacher, Breslau 1892 bis 1894. Auch Geräts Tagebuch ist erhalten, Heft I. Heft II, Heft III, Heft IV, Heft V und V. I. über seine Bemühungen, eine Lebensstellung zu finden, sowie über die ersten Breslauer Amtsjahre dazu M. Brann in Ausgabe Reuven Michael Heinrich Gretz Tagebuch und Briefe Tübingen 1977